Wir sind natürlich euphorisch, freuen uns auf die Atmosphäre, auf das Stadion, auf den Gegner. Ich denke, das wird ein Spiel, das wir nicht mehr ganz so höflich erleben werden in der Karriere. Von daher ist die Vorfreude riesig. Man bekommt hier mehr Nachrichten, als wenn man Geburtstag hat. Es ist natürlich schön zu hören, dass man unterstützt wird, auch von zu Hause. Es gibt auf jeden Fall nochmal einen Push. Natürlich, dass sie das ganze Land jetzt hinter sich haben, das ganze Stadion hinter sich haben. Ich glaube, das hat auch das Spiel gegen Spanien gezeigt. Nach dem Tor kam ein enormer Druck durch diese Mannschaft. Und die Prozesse und die Abläufe waren dann viel, viel besser. Und das ist so ein Motivationsschub. Und unsere Aufgabe wird es sein, das Stadion relativ schnell und ruhig zu stellen.